So, hier kommen wir also nicht rein. Erreiche die Festung. Haben wir hier drüben irgendwo. So, hier ein paar Schrottteile, ja. Ah, komm her. Achso, Moment mal. So genial, ey. Ehrlich. Richtig genial. So, wir schauen mal. Wir nehmen hier noch... Alter. Einstimmung. Wir haben ein Messer, wir haben aber schon eins. Wir schauen einmal. Oh Mann, oh Mann. Ich hab gar nicht so viel... ...ääh... ...Leben eigentlich. Um hier zu kämpfen. Okay, da müssen wir wohl irgendwas ausmachen. So, wo sind die Flammenrohre? Der ist eigentlich wohl auch nicht unbedingt durch, oder? Ah, nee. Okay, wir müssen sogar hier hin. So, wieso nimmt er die Waffe runter? So, ah, das sind zwei. Okay, wo ist die zweite? Einen Moment, ich laufe irgendwo dagegen. So, ich denke mal hier drüben dann, natürlich. Gar keine Gegner hier. Kein Schrott, gar nix. So, okay. Wo dürfen wir jetzt rein? Wieso sind die blau? Hier, Blue Man Group. Die sind auch nur lila. Sind das für komische Leute? Hier, ich treffe beide. Auch gut. Wie es ja mehrere auf einmal trifft. Oh, scheiße. Jetzt habe ich nichts mehr. Nein! Oh! Verdammt! So, war da nicht gerade Wut? Okay, doch nicht. Der eine ist auch kaputt, oder? So, okay. Okay, alle kaputt. Und nochmal eine Waffe. So, ganz schön schwarz hier. Oder grau. Nicht so gut. Muss mal ein bisschen schauen, ob irgendwo was zum Essen ist. Oder zum Trinken. Aber es sieht irgendwie schlecht aus. Ich darf groß keinen Treffen eigentlich mehr kassieren. Das ist mein Problem. Irgendwo essen, bitte. Hier sind lauter Leichen. Auch nicht gut. Oh, ja. Wieso habe ich hier rechts oben wieder die Anzeige wegen Wut? Alter, Falter. Voll aufgespießt. Ah, lecker. Kann ich da was finden? Sieht mir gar nichts. Klettern kann ich jetzt hier nicht, oder? Hm. Ein Moment mal. Ich schaue noch so ein bisschen, ob irgendwo vielleicht doch irgendwie was zum Essen ist oder so. Aber... Oder Schrott. Aber sieht mal nicht so aus. Wir müssen einfach weiter nach oben. Ich hätte mal wieder mit der Farbe im Spiel. Wäre schon cool. Sind es jetzt gut oder schlechte? Okay, es sind schlechte. So, einen Moment. Wie ging das nochmal? Oh, falsche Tasche. Da ist schon nochmal eine rumgerannt. Ah, okay. Wir müssen ja... ... noch rüber. Auch von da drüben. Alter, nicht mal richtig getroffen. So, kommt doch her. Ja, alter. Der eine hier... ... richtig runtergeflogen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. So, beide auf einmal. Alter, der eine... ... hat es so richtig zerfetzt. Der eine ist runtergeflogen. Ist aber jetzt sogar auch noch gestorben, okay? So, hier drüben einmal... ... nur Schrott. Leider. Ich wollte auf einer Seite gar nicht die Waffe mitnehmen, aber der Stab ist natürlich auch geil. Der... Jetzt ist er natürlich... Oha. Schnell weg. Autsch. Wie mies. Okay. Der war richtig mies. So reingesteckt. Oh Mann, mein Leben. Oh Mann. Ich hätte so gern jetzt Hundefutter irgendwo. Wir wissen echt, wie ich es gerade vermisse. Das schmackhafte Essen. Oder was zu trinken. Wurde ja auch natürlich reichen. Vor allem, ich weiß halt nicht, wie well es noch ist. Naja, kann man nichts machen, gell? Ich denke, da werden wohl schon noch ein paar kommen. Deshalb schaue ich mich auch komplett um. Oh, hier sind zwei Wege. Ob ich vielleicht irgendwo... Ja, was zum Essen fände ich, aber es ist nichts da. Okay, von mehreren Seiten geht es hier nach oben. Oh, keiner da. Keiner da. Ganz ruhig. Nicht, dass mich einer von hinten angreift. So, bitte sei viel drin. Oh, perfekt. Richtig gut. Kann man sogar noch ein bisschen nachfüllen. Ja, minimal. So, jetzt erst mal eine Runde trinken. Und die Farbe zurückholen. So, sehr schön. Drüben haben wir nur so einen Fass. Nichts Besonderes an sich. So. Da ist noch ein bisschen. Minimal. Aber ich wollte sagen, es reicht. Ein bisschen gleich trinken. Das ist alles für heute. Das ist alles für heute. Wir nehmen den Stab wieder mit. Okay. Irgendwie gerade so ruhig. Kommen wir nicht vielleicht noch ein paar? Hier steht auch niemand. Ja, es ist gerade so ruhig. Hövzig. Weals! Weals! Wheels! Ich werde dich und ich parleyen. Keine mehr Sticky Tricks, Stanko. Heute, wir es enden. Ich hab mein Bluff, Wheels. Es enden heute. Der total Erratif-Fuckin-Cation von allen. Du, alles hier. Master order this? Scrotus-Word? Oder du spielst Solo? Oh, es ist Sanction. Wir sind hoch. Ui, da sind ein paar viele. Ui, 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 ui. So bunt alle. Sind auch noch Orangene mit dabei. Was macht der hier? So, wir laufen einmal im Kreis. Ganz gut eigentlich. So, oh, Wut. Mach sie nieder. So, jetzt hat man ein bisschen aufpassen. Weil auch im Wut-Modus kann man natürlich angegriffen werden. Nee, sie sind, glaub' rot. So, ich glaub' ein, zwei hab' ich bekommen, aber... Oh, da liegt noch Messer rum. Leider halt nicht so viele, aber... Du musst halt aufpassen. Oh, da wär' ich dann laut aus. Die Blauen, die stechen so raus. So, komm her! Ja! Und wieder ein bisschen zurück. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen. Vor allem der... Sterben mit dem Wutangriff. Hab' ich den erledigt, oder? Oh! Oh, der Staun. Okay, wollte schon sagen, wieso kann ich nicht weiterschlagen? Steh' da auf der Stelle, schlag' in die Luft. So, lieber ein bisschen ausweichen. Oh, Mann! Einmal einen Schlag. So, komm her! Oh, verdammt! Wollt grad' hier einen starken Angriff machen. Oh, hallo! Der ging... Ja, der... Okay, der war... Autsch! Okay, da müssen wir heute aufpassen. So, schnell weg! Ey, das steht halt immer noch. Hab' gedacht, das hat gereicht. Nein, nein, nein! Uiuiui! So, jetzt einmal hier. Ich bekomm' die Wut und dann ist schon eh down. Direkt. Stand! Stand! Or I train' in! Stand! Or I train' in! Du sag' in! Du sag' in! 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 The Big Chief in Gastown! Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say, to take the Big Chief, one must win the most dangerous race. Who do I see about this race? The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Okay, Pink Island wurde von Stankham gerettet. Hoffentlich hat sich der Aufwand gewohnt. Gelohnt? Gewohnt! Was glaube ich? So, eine neue Ödland-Mission für mich. So, Hope hat eine neue Ödland-Mission. Okay. Ich darf hier lauter Lager aufbauen. Wenn ich jetzt überlege. Ja, bei dem einen, bei dem Bärtigen sind wir auch groß noch nicht weit. Das ist jetzt halt auch so eine Sache. So, wir schauen mal. Die Harpune. Was steht denn hier? Verringert die Bedrohung auf Stufe 2 im Hoheitsgebiet von Chad. Chad! Alter! Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich in das Gebiet zurück, damit wir die Stufe, ähm, 4 von der Harpune machen können. Hier haben wir den Chad. Ja, okay. Wir müssen hier, okay. Wir müssen theoretisch nur noch das Lager hier machen, oder? Andere Sachen habe ich ja gar nicht. Ich habe hier was. Hier was. Und vielleicht, ja, noch ein bisschen was bauen. Oder gehört das eigentlich auch dazu? Das ist ein bisschen die Frage, aber hier sieht es auch ganz schön leer aus. Ja, noch so ein Stank am Lager. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir da hin und machen das mal. Alter. Okay. Ja.